Hallo Leute, ja es geht weiter mit Apalancourt. Ich hab den Ruhmeskuchen Dorofiana. Jetzt gehen wir da rein und zeigen ihr diesen scheiß verdammten Kuchen, wenn sie also unbedingt will. Objekte, ja Objekte war das, Kuchen, so, so. Ah, das ist es, das muss es sein. Gut gemacht, Roxas, wollen wir ihn gleich essen? Ja, das ist so kostlich. So eine Süße hab ich noch nie gekostet. Es ist so zuckerig. Hat man das wirklich vor langer Zeit gegessen? Ich werde das zur offiziellen Süßigkeit des Königreiches machen. Bitte nachträchtige die Küche. Ja, gnädige Frau. Oh, oh, Roxas, das hast du wunderbar gemacht. Ich will dir noch einmal danken. Du wirst später von mir hören. Ja, okay. Reden? Okay, jetzt kommt wieder ein Ereignis. Es ist eine Katastrophe. Guri, Guri ist verschwunden. Tut mir leid, bitte hilf mir ihn zu finden. Ich werde ihn ins Schloss nach ihm suchen. Du benutzt die Stadt. Bitte finde, Guri, Guri. Verdammt. Okay. Soll ich jetzt Guri, Guri finden oder was ist jetzt los? Okay, ich soll Guri, Guri finden. Äh, verdammte Katze. Verdammt. Soll ich die hier sogar euch zeigen oder soll ich die einfach am Ende zeigen, wo die ist? Hm. Wenn ich jetzt einfach rumlaufen würde, würde es noch viel, so viel, sehr viel Videozeit verschwenden. Hm. Ich gehe mal dahin, wo ich denke, wo die Katze vielleicht sein könnte. Ich denke mal vielleicht, bug. Vielleicht ist die Katze da oder nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal. In diesen Parts werde ich nur sowieso, ähm, sowieso nur die Verbindung, also die Connection zwischen mir und den Mädchen klar machen und so alles. Ähm. So. Also. Warte, wo kann die, warte, warte. Vielleicht ist sie ja da, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, ich muss erst suchen. Hm. Okay. Hast du vielleicht sie gesehen? Ach. Ich sage immer noch das Gleiche, okay. Die ist bestimmt nicht in irgendeinem Haus, oder? Und du, hast du sie gesehen? Ein schwarzer Karte. Zuletzt habe ich ihn gesehen, wie er in Richtung Süden der Stadt eins ging. Gehe in Richtung Süden. Okay. Du? Ach, du Scheiße. Ich bin Piddo. Ähm, Süden? Okay, da ist sie. Ah, ich habe ihn gefunden. Das ist der schwarze Kater. Aber er sieht irgendwie seltsam aus. Will er etwas sagen? Guri, Guri. Wir haben ihn überall nach ihr gesucht. Wo zum Teufel warst du? Du bist der kostbare Kater, der den Prinz vor allem hinterlassen hat. Ich muss gut auf dich aufpassen, bis er irgendwann einmal zurückkommt. Lass uns heimgehen, Guri, Guri. Gut, damit drogst du das. Okay. Ähm, wir sind im Schloss. Okay, ein Ereignis kommt jetzt. Okay, der Kater ist wieder draußen. Wie ist das nicht der Kater der Prinzessin? Was macht er denn hier? Vielleicht ist er geflogen. Da bist du ja also, Guri, Guri. Ich habe überall nach dir gesucht. Ah, hast du ihn für mich gefunden, Roxas? Hm, was stimmt denn nicht, Guri, Guri? Miau, miau. Wie bitte? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es einfach. Warum verschwendet sie ihre Zeit damit, eine Karte zum Sprechen aufzufordern? Hm, dumme Katze, äh, dumme Frau, meine ich. Mann! Ist jetzt alles okay? Also gut. Es muss dir Spaß gemacht haben, mit Roxas zu spielen. Danke, Roxas, ich spiele nochmal wieder mit Guri, Guri. Hey, ich muss jetzt wirklich mal los. Was soll, sollte das Ganze? Das ist eine ziemlich ungeduldige Prinzessin. Sie macht Rampo einen Ernst von Konkurrenz. Hast du was gesagt, Uwa? Nein, 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 nichts. Lass uns gehen. Hm. Ich mag Uwa, der sieht echt cool aus, von dem Ganzen. Aber irgendwas will er gerade uns sagen, das weiß ich. Ach, komm. So, so. Das hat perfekt rollen, danach geht's ja. Okay, jetzt komm's. Hast du was zu sagen? Reden? Was hat sie gesagt? Ähm, ja, okay, aber... Der Kater vielleicht? Reden? Ah. Ja. Warte, was macht die denn? Was macht die Katze denn? Flaschen, Fleisch, Fuchsschwänze. Okay, ich zeig ihr mal eine Flasche. Vielleicht will sie das, ja? Zeigen. Objekte. Flasche. So, so. Äh. Okay. So. Ach. Komm, jetzt kann ich doch bestimmt das zeigen, oder? Zeigen. Objekte. Und ich hab bestimmt mehr Mana dafür. Ja, dafür kann ich. Miau, miau, miau. Okay, jetzt wieder nochmal reden. Was ist mit ihm? Will er etwas? Schuhu. Hä? Was denn, Süße? Ich glaub, er will eher etwas. Hm, also, was will den Katzen denn nochmal? Hä? Okay, es geht weiter. Reden? Hä? Ja, was will sie denn? Was will die Katze? Verdammt nochmal. Was ist das, was Katzen wollen? Hier, untersuchen wir das mal und guck mal nach. Hier so. Flaschenverlieben, Lieblingsbedeute Laune. Will am wenigsten da Ziele noch nicht entschieden. Äh, Attitivieren. Okay, da steht nichts. Was will die verdammte Katze? Hä? Das ist nicht gut. Eine Prinzessin und eine Katze kann einfach nicht verbrauchen, um zu denken, um diese Dinge zu denken. Ja, denke ich auch. Und jetzt wieder ansprechen. Warte, wie viel Mana hab ich denn? Ach. Warte. Zeigen. Warte, was mochte sie denn? Verdammt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Verdammt. Ach, scheiß Telefon klingelt auch noch. Breitschelte, Hammer, Bomben. Okay, die hat ja solche komischen Vorlieben gehabt. Zeigen. Waffen. Hammer. Das hier. Okay. Reden. Anscheinend wohl nicht, okay. Und nochmal zeigen. Waffen. Bombe. So, so. Fick dich doch. Was jetzt? Okay, langsam liebt sie mich. Super. Und du? Ach. Ach, was soll ich jetzt machen? Ähm. So. Was magst du denn, König? Hm. Weiß ich, König. Ach so, den können wir auch noch verändern. Okay. Ähm. Schwerteschilder, okay. Ähm. Wir sehen uns, wenn ich wieder mehr Mana habe. Also bis... Okay. Okay, es geht weiter. Wacht dann mit meinem Hals. Bomben, Bomben, Bomben. Ich zeig ihr mal ein bisschen Bomben. Das war nicht das Richtige. Dann mach ich das gleich nochmal. So. Okay. 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 Okay, da will sie nichts mehr sagen. Und jetzt nochmal. Okay. Okay. Sie rät langsam geil auf mich. Das ist sehr, sehr gut. Und scannen. Hm, okay. Zeigen. Schwerter zeige ich mal. Er wollte ja unbedingt Schwerter sehen. So. Okay. Ah, jetzt kommt's was. Das ist für mich zu befinden. Achso, ich habe vergessen zu vorlesen. Zu vorlesen, meine ich. Ich meine, das ist das Sinnenkreuz. Dieses Wahrzeichen der Könige wird von einem heiligen König zum nächsten nachgereicht. Oder sollte ich vielleicht sagen, wurde. Ich habe es nicht mehr. Irgendwann einmal wurde das Schwert unter dem Schloss versiegelt. Ich habe uns unzählige Male danach gesucht, aber konnte es aber nicht finden. Die Legende besagt, dass es irgendwo dort unten sein muss. Verdammt. Vielleicht kann nur jemand mit einer mysteriösen Kraft es finden. In Zeiten wie dieser braucht das Volk einen König, der verlässlich ist. Ich finde das Schwert um Kalalas Willen. Ich fliehe dich an. Okay. Reden. Okay. Wir müssen in den Keller. Warte. So. Okay. Das haben wir jetzt auch. Warte, warte, warte. Da ist die Tür. Also, wir müssen jetzt in diesen Weg, wo am davor ja gesperrt war. Ach, fick dich doch. Also, man kann mit jedem Menschen in dieser Stadt einen Zeitquist machen oder was los? Oder soll ich das anders interpretieren? Okay. Wir können mit jedem Menschen eine Zeitquist machen. Ah, okay. Dann müssen wir hier durch. Dann hier. Okay. Jetzt käme ich da unten durch, wo der Macker war und der uns nicht durchlassen wollte. Okay. Jetzt einfach da durch. Und hier ist das Verlies. So, so, so. So, so. Lass mich durch. Du kannst nichts mehr sagen, dass ich nicht mal hier durch darf. Ähm, willst du mich hier verarschen? Hä? Wartet mal. Okay, ich bin in einen Verlies reingegangen. Untersuchen. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Was? Ey, das ist doch ein Witz, oder? Das war die ganze Zeit... Oh, der König ist so... Boah, der König ist so ein unfähiger... Bam. Boah, der ist so unfähig. Der König... Er lässt ein heiliges Zeichen da. In irgendeinem Verlies. Und sucht nicht mal danach. Nein, falscher Gang. Das ist ein ganz falscher Gang hier. Den müsst ihr benutzen. Und jetzt den Weg hoch. Okay, das Sinn und Kreuz haben... Ach, das Sinn und Kreuz müssen wir bestimmt auch noch machen. Bestimmt. So, wir wetten, wir müssen das noch machen. Ach, das werde ich jetzt mal machen kurz. Also bis gleich. Okay, ich habe das jetzt gemacht. Ja, das Schwert ist viel, viel stärker als meins. Also 20% stärker als meins. Danach geguckt. Und so sieht das Schwert aus. Komplex Schwert, Sinn und Kreuz. Zeigen. Und jetzt haben wir das geschafft. Oh, grüttiger Himmel. Diese Form. Dieser Glanz. Es ist tatsächlich das Sinn und Kreuz. Du hast es geschafft, es zu finden. Ist ja so leicht gewesen. Vielen, vielen Dank. Ähm, reden. Achso, okay. Das war jetzt wohl alles. Ähm. Warte, was mag ich noch? Schilde und königliche Dinge. Okay. Ähm, zeigen. Ich zeige ihm mal das Schwert. Äh, nein, Zubehör. Hä? Achso, Waffen, Schilde sind ja hier. So. Okay, jetzt redest du bestimmt etwas über mich. Ähm, anscheinend wohl nicht. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Super. Und ich habe jetzt genügend Geld, um ein Band zu kaufen. Ich habe ja die ganze Zeit Mana gesammelt. Und da habe ich Gegner allesamt besiegt. Und das werde ich jetzt auch kurz kaufen gehen. Also wen kann ich noch eigentlich ansprechen? In dieser Stadt. Also eigentlich jeden. Das werde ich auch machen. Weil ich habe ja keine Hobbys. Und werde jetzt alle Menschen ansprechen. Um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Oh. Ähm, aber was will jetzt Guri Guri eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß ganz und gar nicht, was diese Scheißkatze von mir will. Aber ich gucke mir mal dieses Band hier und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ähm, kaufen. Halt die Fresse. Band. Ähm, ja. Ja, halt die Fresse. Ich hasse dich. Ähm, Band. Ich steige dir den Geschenk an. Ein Band aufs Rot. Nein. Oh, verdammt. Hier warst du ganz... Ach, scheiße. Ich hasse dich. Ach, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.